Grüße, hier die Infos für unsere nächste Vogtland Late Night Show am 25. September. Auch dafür gehen wir erstmal aufs Traumschiff. Auf dem Traumschiff auf dem Vogtländischen Meer machen wir heute unseren Trailer. Hallo, hallo, noch mal kurz, der Kamerad noch mal winken, ganz kurz. Ja, perfekt. Wir machen heute unseren Trailer für die nächste Sendung zum Thema Casanova. Wir waren deswegen extra in Tschechland gewesen auf Schloss Dux und haben dort gedreht. Mehr verraten wir aber nicht, erst in der Sendung. Dazu sei gesagt, Holger Pender hat einen Gutschein bekommen, um endlich mal Bassgitarre zu spielen. Ne, Peter, das war doch knaller, würde ich sagen. Da ging es in die Musikerwerkstatt, die zwei sind auch da. Wir haben die Telefonmänner aus Blauen zu Gast. Also besser gesagt, ein Telefonmänner, weil alle drei wollen wir, oder alle vier wollen wir euch eigentlich gar nicht zumuten wollen. Weil da reicht scheinbar aus, dass der Laden bebt. Und jetzt kommt's. Zum Thema Casanova haben wir uns was ganz besonders einfallen lassen. Einen Gast, nämlich die Resi. Mehr möchte ich gar nicht dazu verraten. Gibt auch noch ein paar andere Gemicks. Ich muss mich bloß ein bisschen leise verhalten, weil wir sind hier mitten auf dem Traumschiff. Und da hier ist alles ein bisschen edler, ich werde dann mal die Leute mal fragen, was so passiert. Kommt am 25.09. in die Show. Vielleicht kann der Holger bis dahin ein Bass spielen. Könnte sein, ne? Das Training war ja auch. Und ja, ansonsten, die Ester aus Pausa. Wird bestimmt diesmal ganz interessant, was die zu sagen hat. Länger will ich euch aber gar nicht nerven. Schaut euch noch ein bisschen mit hier um. Bis dann, am 25.09. zur Late Night Show. Wo seid ihr her? Na, wenn Sie nicht vom Playboy sind, sagen Sie auch noch nicht. Nee, ich bin von der Praline. Von der Praline nicht. Dann müssen die Schnackstelle nicht mehr. Ach ja, die gibt's schon noch. Ne, Peter, die gibt's noch, die Praline gibt's noch. Gibt's noch. Wo seid ihr her? Von Wittgensdorf, das ist ja Eigenstadt in Sachsen. Wir sind von der Vogtland Late Night Show. Wir sind heute hier auf dem Traumschiff. Das seht ihr vor allem hier vorne. Wie hieß der Regisseur, Peter? Wolfgang Rademann. Wolfgang Rademann, da ist er. Da ist er. Guck mal, es sieht aus. Hallo, hallo, Sie sehen aus wie Wolfgang Rademann vom Traumschiff. Das ist aber alles bloß Quatsch, da ist er schon död. Na, na bitte. Sind Sie das erste Mal hier? Nein. Auf der Pöhl, nee? Nee. Also, wann, wann, jedes Jahr, oder? Na, ich wohne seit sechs Jahren hier. Aha. Bei meinem Lebensgefährten. Und das ist meine Mutti. Und sie ist seit heute bei uns zu Besuch. Und mit ihr machen wir dann immer eine Rundfahrt mit dem Schuf hier auf der Pöhl. Wolle es uns so gut gefällt. Na wunderbar, da wünscht man der Mutti einen schönen Ohn auf dir. Ja, danke. Die zwei frisch Verliebte hier. An der Rehling von der MSI Kona. Das erste Mal hier? Also, ich war öfters hier. Öfters. Hier sind dauernd Leute da, die öfters hier sind. Es muss was dran sein an der Pöhl, ne? Ist auch schön. Ist auch schön, ja. Aber Plauner, oder? Ich bin Plauner. Plauner, Sie auch? Nee, verrat ich nicht. Ach, verrat ich nicht. Ah, ha. Du machst ja auch immer weiter. Hier geht was los. Und das beim Thema Casanova. Das ist natürlich nicht schlecht. Vielen lieben Dank. Wo sind Sie her? Hallo, hallo. Sie drehen sich gleich weg. Sie wollen gar nicht reden. Ja, will niemand reden, ne? Und? Altenburg. Aus Altenburg. Sag ich immer, Altenburg, da ist immer dabei. Und schön hier. Fett war. Wunderbar, ne? Ja. Ja. Und ehe ich vergesst, wir waren auch noch zu Besuch beim Superführer. Die Vogtland Late Night Show wird Ihnen präsentiert von mit dem Thema Casanova. Vielen Dank.